Jetzt bin ich. So, die habe ich vorhin von oben beobachtet, die Ammoniters, wie sie hier unten am Boden umherge... ...geammonitiert sind. ...monitiert. Ah, die greifen doch an, ja? Ah ja. Siehst ja, wie sie hier mal... ...aufm Wasser schon laufen. Guck mal, guck mal, das sieht doch cool aus. Das ist doch auf mich zu schlimm, Dex. Alles möglich, guck mal, die springen ja runter, die springen wie die Irren. Mach du mal, ich esse mal Schokolade. Ist das richtig so? Oh, ich habe ein Level Up. Ich auch. Na komm, wer hieß das hier? Äh... Na mach mal, hier in der Höhle mach ich mir doch glatt einmal Milli-Damage, ey. Die kommt wirklich von allen Seiten. Mein letztes Stückchen Schokoladenhund. Mmmh, weg weg weg. Nom 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 nom. Mmmh, nom nom nom. No. Was warst du denn so komisch? Hast du mir grad was in den Rücken geschossen? Haha, ich würde dir niemals in den Rücken schießen. Und hast du mir in die Haare geschossen? Äh, du hast was im Pöker-Klemmen, ja. Wollen wir mal K-Machen, falls du das siehst. Ne, ich sehe es nicht, aber... ...er zwickt ein bisschen. Du kannst übrigens nicht die Entenschuhe ausziehen. Finde ich auch schneller. Okay. Ja. Oh, äh, ich hab... Oh, ich bin der will 102, das ist ja cool. Wemba kickt. So, du hast Rüstung gekauft? Ah, toll. Hast du ja? Mehr konnte ich nicht. Der Meer war zu viel. Keine Prost, kann ich zurücktun. Der gerade das Schwert hat sogar mehr als der Schwert. Kann ja auch mit dem Schwert kämpfen. Wenn's denn sein muss. Ah, du mit der Picke, ne? Auch bei mir, die Picke ist sie. Ich hab ne lila Picke. Ich kämpfe mit der Picke. Hau gesehen. Ich komme. Hier! Nein, nein, Mann! Man, vor allen Dingen brennen meine Haare immer. Das sieht so geil aus. Warte, du brauchst doch doch, der Wichsi. Gib mal von dem Futter ein bisschen. Von diesen schönen... Ja, meinst du. Gib mal, meinst du, Herr Du. Guck mal, der frisst die Schellen zuerst. Guck mal, wie schnell der loutet. Das gibt's gar nicht. Das krieg ich von den Zehn... Und tschüss. So. Let's go party, come on party. Müssen wir eigentlich jetzt hier lang? Müssen? Keine Ahnung. Hier oben leuchtet's ja so schön. Geh nicht ins Licht, geh nicht ins Licht. Ist das hier oben? Unsichtbare Wand ist auch schön. Schleim immer so. Oh, sie hat mich, sie lässt mich nicht mehr durch. Okay, oh. Okay, ich, ich geh zurück. Tschüss. Ja, wir können die eigentlich ins Wasser ziehen. Ja, zum Kragen, zum Kragen. Ich geh zum Kragen. Wir wollen doch sowieso nur mit meinen Haaren ein Nest machen. Ja, wegen denen habe ich vor eine ganze Weile geschlagen. Und hatte auch noch einen Punkt. Oh, die kommen nicht runter. Nur einer. Die haben sich gerade überlegt, die könnten ja auch mir folgen. Dann kommen wir an das Wasser. Auf der Seite. Ah, sie kommen. Glaub ich jedenfalls. Ja. Trunse. Fing irgendwie fest. Ja. Aufgelaufen auf dem Wasser. Ja, auf dem Wasser auf dem Grund. Also schon alle klar gemacht. Ich werde mich nicht besser ertäuschen. Da habe ich aber gerade noch zwei Stücke. Hier spawnen wieder neue Sachen. Das ist weg. Da ist weg. Ein Wixi. Gehen wir hoch und holen wir neues. Ein Zwerfschlampe. Ja, bestimmt. Du hast wieder nicht vorhanden Geld. ich laufe jetzt drehe ich nicht um wieder um ich komme nicht vorbei eine spinne muss jetzt hier runter rennen wir kämpfen wir jetzt kommen das war der am wort aber ist ja bei teamwork ist uns ja schon öfter mal passiert dass wir uns außerdem gegenseitig die team wirkt haben die sind also die ich prob mal ganz kurz also ich prob mal ein paar ich nehme mal den ersten schon mal mit runter ich stehe in der klippe da weg sie da wo die zacken sind da kann ich auch treffen äh sehe ich die tentakel denn hier irgendwo? ja hier ok warte mal ähm dex ullakoleo kann übrigens auch klippen hochlaufen ja wissen wir schon und du kannst auch die wände die base wände von dex und mir ich glaube die umkommen du kannst ja auch hochlaufen ja hast du ihn noch mehr? ne ich glaube aktuell noch nicht ich weiß noch nicht was der dex hinten treibt das hört sich aber interessant an wo kommt die denn jetzt? ledermäuschen ja und skorpion ja jetzt kommt noch ein bisschen was ja ich guck mal ob es kommt hier dex einfach hier um die ecke hier reicht es hier hin und stellt sich hier hin und er kann eigentlich bis da wo du jetzt gerade bist kann er schon das ist auch süß wie so zwei löffel ja du klatsch respekt schelle hier aber was gibts schönes? ich brauch nur die pfeile nein was glaubst du denn das alles? ich hab ein pfeil geknett da oben gibts ne kiste die wollte ich noch mal ganz kurz lotten wir lotten ich bin grad vom krag runter um hochzukommen zu euch da wo die ganzen schnecken drauf sind oder was? so ein palmen eine palmenlandschaft ich komme was ist da oben? stapeln sich da die schnecken? geht da nicht mehr weiter dann? kennst du das nicht? das ist ne neue ähm sportart olympische spielen, schnecken stapeln ja das ist doch bestimmt hier äh ja ne barrikade halt ne? ne sitz ne sitz äh dingsbums hier ne sitz streik oh 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 wo ist komischele? 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 wo ist ein 3? na dann weg aber ich glaub er ist runter von denen ja ja einfach runterspringen und auf den kragen na dann spring mal wieder rauf auf die krake ich bin äh nicht da ich bin hinter euch spring ins wasser steig auf die krake und schlag zu grössersyndex weil ich äh glaub sie dann nie noch her oh 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 komm sie komm ja treffer oh na komm noch mehr? ne ne? das war's ne das war's das können wir eigentlich machen einfach da stehen lassen der erste da springt runter ist aber echt voll die geburt warum müssen wir eigentlich da oben rumlaufen wissen wir das? ne oder? ach das wird ja wahrscheinlich dann wird der Adonna irgendwann der der looten sein der looten? looten loot mir geht sonst nie stamina aus hier ne aber bei dem ganzen gerenne hier laufschlampe lauf wer hier seid da? schön cool hier aus wo ist der denn überhaupt? bist du in die andere Richtung gelaufen? ich bin über die Brücke ich bin über die Brücke über die Bitch da ist die nächste Kiste hä? millen jane note das sieht cool aus da wo du die note gefunden hast links über die Brücke ja sind wir ach da ich wollte kurz sagen ich bin doch auch hier schönen Tag und schön die Schneckis und die viele Schneckis und die viele Schneckis vor allen Dingen oh das ist auch ein schönes Bild ja sag ich doch oder? so welche Bilder finde ich okay aber die Dosiers die sollte man nicht finden die sollte man bei jeder Zähmo bekommen ja oder wenn man irgendwas gekillt hat meinetwegen und jetzt Decks runterschlagen muhahaha geht's denn da unten? oh ganz viel Elektrozeugs hm Schneekuss mach mal ganz kurz K wie Kloosbrühe Alter das wäre so richtig assi hier runter zu schmeißen das wäre so das wäre so das wäre für mich zu viel so sind da unten die guten Tiere ja? ja ja komm guck mal alle guck mal alle so ganz guck mal alle drei runter na ja mach ich die steppe ich hinter dich schießt euch gleich runter stell dich mal neben so oh oh von hinten hinter uns kein Scherz ok wie sie sich hier so aufbauen was wollt die wollten uns runter schubsen guck mal wie die jetzt schon loslaufen guck mal wie schnell die sind was machen die denn alle in eine Richtung gucken sie hä wo kommen die alle eigentlich schnell jetzt her müssen irgendwie über die Schnecken gar nicht die sind voll aggressiv bestimmt aber die bis wir es bis wir es bemerken dass die aggressiv sind wir müssen können wir hier hoch hier hoch hier hoch guten Tag ja ja doch machen sie denn da schon wieder naja dann gehen wir mal wieder auf den auf das Krakengedöns und so ne wo ist eigentlich der Pläsi jetzt hin ja immer nur ein Weg oh das war jetzt hier alles aber das kann auch nicht das Ende der Höhle sein hier oder was hat hier mal was zu essen dabei ja ich troppe ich troppe da oben sind auch ganz viele Schnecken Schneckenmoor da hinten Schnecken stapeln ok dann dann paddeln wir immer weiter ach da sind die Oing Ongs Ongs sind dann wieder da alles mögliche wieder auch mal hier vor die ganze Horde ich spring schon mal so runter zum Wuhuuu sag ich ganz ehrlich ich spring am liebsten mit hau zu hau zu hau zu hau zu und und jetzt noch einmal noch einmal jetzt ist er tot oh ich bin leveled oh ok ich spring jetzt mit das ist immer doof jetzt ohne Pläsi ne wirst du mich äh ah ne da kann ich ja nicht kämpfen das ist auch blöd du hast mich gegrabt ne ja dann grab mich mal und dann geht's aber da kannst du nicht kämpfen ja dann grab mich lieber Hüi das bringt dem nichts ja denkst sie offspil du dich lieber der dip Saas man sollte auch mal wieder die hast mich mal leg huuuu naaaa ah Du greifst mich ja tschüss tschüss wirklich bis zum nächsten mar m welche des problem ist äh wo ist es hat der fact Das war doch nicht überall. Wir müssen doch noch irgendwo abbiegen, oder nicht? Oder wie? So. Grab mich so hart. Nee, nee, du kämpfst schön mit deinem. Achso, wenn du im ersten Moment, wo du mich grabst, bin ich betäubt oder was? Nee, ich bin, ich komme gerade eingeschlafen. Naja, du kannst dich halt nicht bewegen, während du in den Kraken bist. Hab ich dich jetzt noch? Ich glaube nicht, weil ich bin doch jetzt hier... Ich sehe dich nicht mehr. Ja, du darfst ihn dann. Wenn du nur schwimmen kannst und nicht zuschlagen kannst, also... Nee, nee. Nee, nee, der ist unter Wasser. Der ist unter Wasser und betäubt, warum auch immer. Wenn du mich grabst, bin ich betäubt, irgendwie. Und wenn ich betäubt bin, dann geht irgendwie die... Hörerstoffpux an. Ja. Ja. Boah, aber es geht jetzt beides gleichzeitig. Oh, komm, werd wieder wach, Alter. Ja. Dann musst du eben... Warte mal. Du musst dich übrigens... Hast du keine... Du musst nur noch die Flossen anziehen. Ja, dann schwimme ich halt hinterher hier. Oder nimm den Kraken und schwimme hinterher. Hä? Wie... Wie viel Leben hast du? Nicht viel, aber ist egal. Ich schwimme hinterher. Dann schwimme ich hinterher. Aber ich habe 350 Leben. Nee, mach mal ruhig. Ich schwimme. Komme der Krage kampftechnisch noch nicht so richtig klar. Oh, shit. Hm, ja, ich habe kleine Fehler gemacht. Was denn? Ich habe hier was, äh, getrobbt. Es gibt keine Fehler. Es gibt nur ganz kleine happy accidents. Genau das. Little happy accidents. Ich muss jetzt eigentlich eher Dex sagen, mit der Frisur in dem Bad. Ja. Was ist los? Der ist unter der Erde. Ist er unter der Erde? Ja. Was ist denn das? Hier links. Also, die Tasche da, da muss man kurz reinwöhlen. Da ist nämlich der, der Blutwind von der goldenen Knarre so. Ich kann ja mal reingucken. Und dann jetzt? Ja, genau da, die Tasche. Direkt über den Wasser. Da. Oben, oben, zurück. Aber ich sehe hier unten die Tasche. Nein, das ist sie nicht. Da oben. Ah, da ist aber ein schönes, äh. Aber das haben wir jetzt getroppt. Auch gut. Äh. Ah, hab schon. Bin schon schnell hin. Achtung. Blitz. Attacken. Boah. Da kommen ganz viele. Ganz viele Leute. Nein. Hier ist bei mir hell. Aber mal ne Band, ja. Ja. Okay. Uh, das war auch knapp. Nichts, komm zurück. Zurück. Warte, warte. Warte, warte. Ich will ja noch ein bisschen hier, ähm, ein bisschen fighten. Nein, wegen den oder wegen Blesi. Ja, Sekunde. Sekunde, ich will ja ganz kurz die Tiere hier killen, die jetzt hier gleich kommen. Siehst du den Blesi, Wixi? Äh. Unten. Unten. Unter dir. Den Namen. So, äh. Warte, ich hätte K gemacht. Ach, da, ja. Ja. So, crazy. Crazy, blazy. Aber ich kann ihn auch auf Falling immer. Ja, kommt ja durch die Wand durch. Komm nicht mehr raus aus dem Tier hier. Ich hab was gekillt und komm hier nicht mehr raus. Warte, ich komme. Warte, ich komme. Leck ein bisschen Vorsicht. Warte, ich kann. Ach, jetzt hab ich mich wieder runter. Ja, sie. Oh, was hier mal für einen blöden Kreis machen muss. Das nervt mich ja sowas. Der ist schon in die Richtung. Ich hab ja schon den Kopf in die richtige Richtung gedreht und dann muss er noch mal einen Kreis drehen. Ein paar Schwimmen. So, hier. Hast du gefunden? Ja, aber der ist unter der Erde. Hier unten siehst du den Namen, wo ich gerade drauf zuspung. Ah, deswegen, ich bin, hab mir Armonitis gekillt, weil ich hab jetzt hier diese Rotze an mir. Ich seh keinen Namen übrigens, ne? Der muss absteigen dafür. So. Oh, ja, ich seh's. Oh, das ist doof. Hast du mal versucht zu pfeifen? Ja. Ist hinter der Wand. Ja, vielleicht kommt der ja trotzdem raus. Nein, nein. Nein, nein, nein. Genau. Geht leider nicht, haben wir schon versucht. Ja, stirbt doch mal. Geht doch. Shit. Äh, dann müssen wir so raus. Ach, du Gwendekreis. Guck mal, der Decks hier links sieht so schön aus, oder? Hm. Ich wusste zwar nicht, was es ist, oder weiß nicht, was es ist, aber... Dann schwimm doch mal hin. Soll es sein. Ah, schwimm doch mal 50 hin. Keine Ahnung, irgend so'n Stein. Guck dich mal um. Ich hab grad ganz kurz, äh, blitzende Probleme. Ach, da geht's aber unten weiter, ne? Oh, echt? Guck mal, ne Krake auf. Boah. Oh. Kann man nicht zu nah ran stammen? Na ja. Alles klar, das ist schön. Oh, ich bin bei eins. Boah. Ich seh grad mal gar nichts. Das ist immer kräftig, heftig. Hab ich doch gesagt vorhin. Deswegen meinte ich doch, ich seh jetzt hier gar nichts. Kann man noch ein paar Quallen dazu, übrigens? Okay. Oh, oh. Elektro-Aal? Ah, hier geht's runter. Kann man denn hier runter? Ist das diese Stelle, wo du sagtest, ähm, man braucht vielleicht ein kleineres Tier dafür? Kann gut möglich sein. Wixi, willst du mal reinschwimmen? Na ja. Ich hab auch nichts zu verlieren, ne? Außer mein Leben. Das ist nicht viel wert. Ich komm mit diesem Spiel. Ähm, unten schwimmen aber auf jeden Fall Ammonitas rum. Und diese komischen, äh, Skorpiune. Hier der Dex kommt mit. Dann, äh, dann trau ich mich das auch. Nee, jetzt kommt aber ziemlich viel. Oh, oh. Ich kann das ja alles ranlocken. Du machst hier oben den Camper und ich lock die Sachen dran, ja? Ja, der, ja. Der Stone ist da oben am Schnitz. Oh, da oben am Schnitz. Oh, ich kann ganz, ganz viel Haie. Haie ist, ja. Warte mal, ich komm wieder raus. Boah, hab das Gesicht voll defamiert, ey. Hau zu, hau zu. Manta, 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 ja. Oh, was kommt denn da? Jetzt kommt noch ein hässliches. Danklas, Thais. Hau drauf. Ich tu gar nichts anderes, also. Ey, ich komm dann nochmal nach vorne. Da unten sind noch ein paar Ammonitas, da kommen auch noch jede Menge Haies. Entschuldigung, ich muss mal kurz oben hauen. Oben kommt was an. Oh, oh. Oh, oh, oh. Kein Elektro. Elektro ist gar nicht gut. Du darfst mal zuschlagen. Haben wir einen Hai jetzt eigentlich schon klar gemacht? Nee, er schwimmt noch. Oh, 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 oh. Ich muss... Au, 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 au. Elektro ist ganz gut. Ich seh, jetzt bin ich schon wieder betäubt hier. Oh mein Gott. Halbtot und betäubt. Ich weiß auch nicht, wie der so sprang kam, wie der so kam. Alles so schnell. Plötzlich war was da. Oh. Ich hoffe nur, dass meine Betäubung, äh... Hau zu. Schnell runter geht. Ja, es kommt immer mehr. Ich weiß nicht, wo er kommt. Das ist irgendwie hier unten ein Nest. Oh, hier kommt noch mehr. Ja, das ist gar nicht zu sehen. Oh, los jetzt. Betäubung, geh runter. Sauerstoffen ist schon alle. Leben ist auch schon irgendwie weg. Los, Betäubung, geh runter. Geh runter. Komm schon. Alter. Es gibt es doch nicht. Nee. Wo bist du denn gestorben? Ich bin direkt unter euch. Ich hab doch gesagt. Ich bin betäubt. Und, äh, ja. Ja. Hau zu. Okay. Mach. Du nix ab. Mist. Gucken wir grad, wo der Sack ist vom... Oh, nee. Wo ist denn der? Was ist denn? Hier war doch gerade ein Sektion. Aber ich weiß nicht, ob das alle hier sind. Ich hab eigentlich die Karte über mir gesehen. Aber es hat die Schammer nicht mehr gereicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin auf, ähm. Irgendwas hat mich getroffen und hat mich paralysiert. Okay. Ein Aal. Okay. Ein Aal war das gewesen. Boah. Ich bin auf Maximum. ein Tor beim Maximum. Brutal. Oh, heftig. Hau mal irgendwie zu. Einfach nur zuhauen. Irgendwas ist glaube ich noch hier bei mir. Ja, ich krebs ja nicht. Ich bin schon an... 360 Grad. Vierter die Woche drum herum hauen. Ja, das schaffe ich nicht. Ich bin jetzt auch gleich tot. Das ist ja immer heftig, weil ich bin jetzt gerade nicht... Hab was. Hab einen. Ein Wichsatz. Das schaffe ich nicht mehr. Ach, hast du hier. Ja. Boah, hier. Zufällig gerade. Ja, ja, ja. Höhle mit rein. Boah. Ehm, einfach schwimmen. Nein, das Leben geht schneller runter als ich zuhause. Und ich bin jetzt tot. Du musst ganz kurz dann hier runter die Säcke machen ganz kurz. Und tot. Ah, das war ja genau da, die Problematik. Aber ich mache jetzt hier ... Ich weiß, was das war. Das nennt sich so ein... Erupteryx-Gorpion. Das war aber kein ... Das war der Aal. war der hat mich gestochen und geblitzt das war an mir vorbeigeflitzt aber ich mache jetzt ich gehe es aber auch nicht mehr in die höhle das ist jetzt zu heavy da muss ich noch mal ein bisschen besser noch mal ein bisschen besser vorbereitet reingehen weil ich mir das gefühl dass wir hätten vielleicht ein bisschen bessere waffen mitnehmen können ich habe mich gerade gesehen mit dem der armbrust unter wasser habe ich ganz ganz gut die die qualen weg gehalten da waren drei schüsse vier schüsse waren die immer waren die weg aber natürlich mit scheiße danke aber ich muss natürlich erst mal doch den kraken wieder raus ausboxieren da oben was mich wundert ich kann nicht auf dem bett vom quetzer vom bitte jetzt von den stadt geparkt habe gestorben und ich bin weg leute ich mache mal hierfür im cut und wir werden es dann war vielleicht in den nächsten folgen noch mal versuchen weil ich will unbedingt dass das artefakte haben gut dann bis zur nächsten folge du hast ja schon aber wir müssen es trotzdem noch ein paar mal haben wir wollen ja mal ein paar mal die bosse rufen also müssen wir noch mal rauchen ok leute das war's bis zur nächsten folge und vielleicht vielleicht geht es dann noch mal unter wasser mal sehen ok bis zur nächsten folgen und piercing piercing